Musik 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 Mal trinken vergessen, Mist Wir sind gleich wieder da Und da sind wir schon wieder Musik Ausgestoßenen Oha Geht schon direkt los hier Was haben wir denn hier? Zähigkeit, mehr Leben und Resistenz Stärke erlaubt Das Nutzen bessere Nahkampfwaffen Erlaubt das Nutzen bessere Fernkampfwaffen Kultismus Ermöglicht Fähigkeiten zu nutzen Eisch Eischkommunizieren, okay Cybertech Verstärkler Tech Fähigkeiten ermöglicht Das Benutzen der meisten Implantate Empathie beeinflusst einige Interaktionen mit anderen Charaktieren Also ich würde sagen Wenn hier mal Zähigkeit mit rein Stärke Fernkampfwaffen Unizieren Ich nehme es einfach mal mit rein Skills Animalismus Gutes Verständnis von Tieren Kann man wahrscheinlich benötigen Bessere Preise beim Händler Terminarkampfwaffen wie Kollen erhöht der Schaden Terminarkampfwaffen Ich gehe mal davon aus wir werden zuerst stumpfe Waffen finden Mildred Jones Hanna Max Mary Alice Ich bin in Mildred Und Die blauen Haare kommen uns sehr bekannt vor Von einem gewissen YouTuber Okay, WASD, ja Mit der Maus kann man ebenfalls laufen Wollen können wir auch Was ist das für eine Maschine Sieht kaputt aus Aber die Türen gehen auf, ne Müll Was habe ich gebraucht Er hat Müll gebraucht Okay Erschreck mich doch nicht so Jala, ey Willkommen ehemaliger Bürger Es scheint die Operation war ein Erfolg Erinnern sie sich noch, wer sie sind Ja, tut Ist durchaus glücklich Wir haben auch weiterhin ein Interesse an ihrem Wohlbefinden Müssen wir uns nun aber verlassen Die Gefahr einer Kontamination Wird werden Versuchen sie bitte nicht in ihr In ihr altes Habitat zurückzukehren Wir haben Sicherheitsmaßnahmen ergriffen Damit dies nicht geschieht Geschieht jetzt mit mir Wohin soll ich gehen Dies Urteil Unterliegt nicht unserem Urteil Es steht ihnen frei zu gehen, wohin sie wollen Solange sie nicht versuchen ein Habitat zu betrachten Alle relevanten Informationen Noch einmal Schrift Damit sie sie Vergessen Wir empfehlen ihnen die Freiland Integrationskurs zu absolvieren Aber es ist ihnen frei gestellt zu gehen wann sie wollen Okay In kurz Sehr gut Gehen sie in den Fall bitte zur Sektion an Jetzt will ich den Müll bekommen Weiter Weiter Oh nein, kommt nein Was Ach, Müll den wir unbedingt brauchen Ja Freiland Integration Das hört sich doch gut an, oder? Noch einer Aber mit Rechtsklick können wir beenden Der Freiland Integrationskurs ist ein Standardverfahren Um ihnen grundlegende Überlebensfähigkeiten beizubringen Passen sie auf sich auf Der Kurs entfernt Sicherheitsbarrieren Um sie besser auf das Leben in der Außenwelt vorzubereiten Der Volk ehemaliger Warum ehemalig? Na gut, ähm, die Menschheit sollte glaube ich ausgerottet sein oder werden Anoli Leben auffrischen wahrscheinlich Oh ne, leichte Kammfristung Äh, Weste Unbekanntes Gehirn Unbekanntes Gehirn Zweimal Müll gesammelt Nano Leben 70 Leben sofort Plus Ein Fokus Energie Status entzogen Leider müssen wir teilen Dass sie nicht mehr in der Lage sind einer von uns zu sein Sofortiger Wirkung Mit der Status entzogen Werden nun auf die Oberfläche entlassen Wo sie ihr Leben außerhalb der Universalen Gesellschaft Weiterführen können Bitte folgen sie die Regeln der freien Welt Es ist ihnen auf Also erstens Es ist ihnen auf keinen Fall erlaubt Unabhängig Geht weder Umstände Eine Siedlung der universalen Gesellschaft zu betreten Zweitens Es ist ihnen nicht erlaubt sich vorzupflanzen Weil Sollten sie auch nur eine dieser Regeln brechen Werden sie terminiert Weitergehende Hilfe betreffend Und Es ist auf der Oberfläche Wenden sie sich Integrationsassistenten Wünschen ihr ein schönes Leben außerhalb unserer Gesellschaft Das ist aber nett oder? Unbewaffnet Waffen wir hier mit? Das Crafting wissen Die kann man nicht Einstellen Quests Sechs Minuten Was ist das Inventar? Nimm mal mit! Müll Sammler Ah vermutlich Fett Ist fein Organe Fleisch Das ist nicht sehr einladend hier gerade. Die Maschine sieht aus, als sei sie mit der Tür verbunden. Organische Schmiermittel nachfüllt. Was soll der Scheiß damit? Ich habe gekotzt. Sammle deine Kotze auf. Ja, lass mich doch auch mal hier nachfüllen. Okay, das funktioniert. Also ich habe die Kotze da eingefüllt und die Maschine hat sich sehr darüber gefreut. Oh, guck mal da, eine Keule. Habe ich doch gut ausgewählt, oder? So. Wo haben wir das denn hier? Ressourcen. Vizynische Bestandteile. Möbel. Muss ich doch nicht auswählen. Da, ne? Anlegen. Anlegen. Ah, okay. Dann muss ich das reinpacken. Sehr gut. Muss ich die Waffe? So muss ich die Waffe. So muss ich die Waffe. Das lebt wieder. Okay. Komm. Vermutlich war es wertvoll, ne? Also... Waffe. Auf was soll ich denn zielen, bitte? Ah, ich soll die roten Lichter abschießen. Sag das doch. Jetzt zurück zum Nahkampfwaffe geschieht automatisch. Ja, aber ist das doch noch ein Kampf so? Äh, eben nicht. Was ist denn, ne? Reiche hier? Au! Das Ding. Nicht schuldig. Ich bin unschuldig. Habe ihm nichts angetan. Aber ich galt als gefährlich. Ich weigere mich zu gehen. Will zurück. Willst du mich wieder verbinden? Kann nicht ohne leben. Wieso? Merk mal. Jetzt nehme ich aus dem Inventar raus. Die Maschinen bringt mir nichts. Ja, ja. So. In der Richtung, ne? Sah ganz gut aus. Leichen. Was ist das? Klicke auf Körper. Schleichen. Anlegen. Schleichen. Schleichen umgegelt herum. Wie ist das? Alt. Da ist alt. Mein Gott. Äh. Klappt nicht. Klappt nicht. Das hat was von Metal Gear, wa? Denn bitte. Ah, ich muss nicht gedrückt halten. Das ist ja praktisch. Oh oh. Haha. Wie so'n Scheiß. Das hab ich gebraucht. Mein Gott. Oh, was ist das denn? Machen wir uns mal wieder full, ne? Bisschen eklig, ne? Dann nehmen wir mal alles mit. Ja, ich komm gleich wieder, warte. Ja, ich komm gleich sofort zum沒en. Das habe ich bis zum Sommer. Oh oh oh. Ja, ich komm alle auf bottomen.